Das Spiel ist in der Mitte, es geht nicht vorhin aus, Schieferkolle, Schieferkolle sein, wie man auf der ersten Nacht die Lübens oder alles war nicht im Zweifel passiert, und hätte tatsächlich auch, wenn man sich in der ersten Zeit verstehen muss, bei diesen 13-0-Ebenstand für ein Spiel, die im Hühner-Auge gehen, wie man sich mal vorstellen muss, was sich heute wieder für den Köln passiert, und dann denke ich auf die Hühner-Anschluss für den Köln. 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 Vielen Dank.